Und ich freue mich sehr herzlich, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie hier in der UB, die uns sozusagen als Gast hier hat, an der Humboldt-Universität zu Berlin zur zweiten Digital History-Tagung der AG Digitale Geschichtswissenschaften im VHD begrüßen zu dürfen. Die wir diesmal, das ist gleich schon vorneweg zu sagen, auch dank der großzügigen Unterstützung von NFT for Memory und der HU Berlin so durchführen können. Die AG, die 2012, also vor über zehn Jahren mittlerweile gegründet wurde und mittlerweile über 130 Mitglieder hat, hat schon mehrere, also schon seit Beginn natürlich, verschiedene Veranstaltungen und auch Tagungen zum Thema Digitalisierung in den Geschichtswissenschaften und digitale Geschichtswissenschaften organisiert. Und Sie kennen sicherlich auch die verschiedenen Angebote der AG, die wir dann zur Weiterbildung, die werden wir das Jahr über machen, aber vor allen Dingen auch immer anlässlich des Historiker-Tages. 2020 dann hatten wir auch uns entschlossen, auch eine regelmäßige Reihe einzuführen, sodass wir uns immer wieder treffen können, austauschen können und ein gemeinsames Diskussionsforum haben zu dem, was digitale Geschichtswissenschaften ist und wie wir uns als Teildisziplin oder wie überhaupt, sagen wir, digitale Geschichtswissenschaften sich weiterentwickeln können. Und der Auftakt war damals, und Jürg sitzt direkt vor mir, 2020 in Göttingen geplant. Und irgendwie scheint das extrem weit her, weil ich erinnere mich noch, wie wir an der DHD kurz davor noch gesprochen hatten und du die ganze Zeit nicht sicher warst, ob wir das durchführen können oder nicht. Und dann kam der Lockdown. Das war sozusagen die letzte Veranstaltung, die eigentlich sozusagen dann analog geplant war, war der Beginn der Pandemie, was jetzt irgendwie schon Ewigkeiten her scheint. Genau. Und jetzt haben wir sozusagen den ersten Präsenz- oder hybride Veranstaltung nach der Pandemie. Und dazwischen lag natürlich, sagen wir, wir hatten das damals um ein Jahr verschoben und 2021, wie ich finde, sehr erfolgreich und sehr innovativ digital durchgeführt. Und wir hoffen jetzt hier in Berlin an, sagen wir, diesen Erfolg dann in, ich wollte gerade sagen analog, aber in hybrid anschließen zu können. Und ich glaube, es ist auch schön, sich dann tatsächlich wieder in Personen zu treffen, miteinander reden und sprechen zu können, was nochmal eine ganz andere Qualität von dem Austausch und von der Verbindung und von den Diskursen und Gesprächen ist. Das hier ist eigentlich jetzt der öffentliche Startschuss für die zweite Tagung, aber eigentlich auch nicht, weil wir ja schon das Vorprogramm hatten mit mehreren, hoffentlich auch oder ich denke, sehr erfolgreichen Workshops, die wir abgehalten haben und der Studierendenkonferenz, die hier stattgefunden hat, die von den Studierenden im Master-Schwerpunkt Digital History hier an der HU organisiert wurden. und ich freue mich auch, dass wir so zahlreich, oder Sie so zahlreich hier da sind. Also insgesamt haben wir über 280 Anmeldungen und für Präsenz, wenn man alles zusammennimmt, 150 Anmeldungen, sagen über die drei Tage, war sozusagen der Raum auch dann voll und konnten wir leider nicht mehr zulassen. Von daher hoffe ich, dass Sie da auch alle fleißig Kaffee trinken, weil Sie sagen, ach, dass Sie da entsprechend dann berechnet haben. Genau, und also hinten ist der Kaffee, unbedingt bedienen. Genau, und gleichzeitig haben wir, das sehe ich jetzt nicht, dann nochmal die Teilnehmer im Netz. Und genau, was ich dann kurz zur Einführung noch sagen wollte, ich wollte sozusagen versuchen nochmal irgendwie die Idee hinter dem Thema von der diesjährigen Tagung noch ein bisschen zu erklären, was wir damit bezwecken. Also wenn es darum geht, um digitale Methoden in der geschichtswissenschaftlichen Praxis, was wir sagen, als Oberthema gesetzt hatten. Und tatsächlich kann man sagen, dass wir aktuell ja schon in sehr besonderen, sehr bewegenden und sehr herausfordernden Zeiten leben. Also nicht nur, was Ukraine-Krieg angeht oder Klimakatastrophe, sondern auch, sagen wir, auf unser Fach selbst bezogen, eigentlich auch auf die digitale Geschichtswissenschaften bezogen. Weil wir auf der einen Seite, gerade an der Schwelle von einer disruptiven neuen Technologie sind, die uns sagen, wo wir noch gar nicht einschätzen können, wo die uns hinführen wird. Also es geht natürlich um Large Language Models, um KI und die Frage, was eigentlich sozusagen diese Entwicklung, die wir da beobachten können, für uns als Fach, aber auch für die digitalen Geschichtswissenschaften bedeutet. Weil die Art und Weise, wie wir mit Daten umgehen, wie wir mit Code umgehen, wie wir arbeiten, sich, würde ich zumindest einfach behaupten, grundlegend ändern wird. Und die Frage ist, wie und was hat das für Konsequenzen und was hat das auch für Konsequenzen für, sagen wir, die epistemologischen Grundlagen von dem, was wir tun, aber auch, sagen wir, für unsere Geschichtskultur. Und ich finde zumindest, sagen wir, aus meiner Perspektive ist das extrem herausfordernd, weil man sozusagen sich sofort dann reinwerfen würde und ganz viel forschen und prüfen wollte, um überhaupt zu verstehen, was hier passiert und welche Konsequenzen das mit sich bringt. Und vielleicht können wir das am Ende, sagen wir, in der Abschlussdiskussion, dann vielleicht auch nochmal gemeinsam besprechen. Und ich finde das herausfordernd auch, weil wir, sagen wir, als digitale Geschichtswissenschaften in einem riesigen Spannungsverhältnis gerade sind oder sagen, großen, breiten Spannungsfeld. Also auf der einen Seite, sagen wir, disruptive Technologien, mit denen wir umgehen müssen, die wir lernen müssen zu verstehen und anzuwenden. Und auf der anderen Seite sind wir noch dabei zu überlegen und zu überzeugen, wie man eigentlich, sagen wir, digitale Grundkompetenzen in das Geschichtsstudium einführen kann. Also überhaupt die Diskussion, ob und wenn ja, wie. Wie man überhaupt Studierende, sagen wir, dazu befähigen kann, in den Geschichtswissenschaften mit Daten und mit, sagen wir, datengetriebener Forschung und datengetriebener Wissenschaft umzugehen. Und auch, sagen wir, unsere Kolleginnen und Kollegen bisweilen noch überzeugen müssen, dass, sagen wir, die Inklusion oder der Einschließen von oder Einbau von digitalen Kompetenzen tatsächlich, sagen wir, für die Geschichtswissenschaften ein wichtiger Schritt ist, den wir nicht auslassen können. Und dass, sozusagen, zwar, sagen Buch und Zettel und Stift ihre Berechtigung haben, aber nicht mehr genügend sind oder nicht mehr ausreichend sind. Und ich finde, das sind ziemlich große Spannbreite, wo wir uns bewegen und mit der wir, sagen wir, klarkommen müssen. Und was wir an den nächsten Tagen machen wollen, ist uns da, sagen wir, in dieser Spannbreite in die Mitte zu begeben und versuchen, diese Mitte dann zu konsolidieren. Nämlich da, wo die Methoden und wo die Verfahren sind, die wir schon anwenden, die wir teilweise schon beherrschen. Und uns zu fragen, was passiert eigentlich, wenn wir diese Verfahren, wenn wir diese Methoden anwenden? Wie verändert das, sagen wir, unsere Art zu forschen? Wie verändert das, sagen wir, die Ergebnisse, zu denen wir kommen? Und wie verändert das gegebenenfalls auch letztlich, sozusagen, unser historisches Wissen und unsere Geschichtskultur? Das heißt, sozusagen, dass wir gerne zusammen hier auf der Tagung unseren Zugang zu unseren Methoden überdenken und weiterentwickeln wollen und auch die Art unserer Methodenreflexion weiterentwickeln wollen. Denn auch da, denke ich, sind wir erst noch am Anfang zu verstehen, genau, was wir eigentlich machen mit dem, was wir machen. Ja, das heißt, was passiert eigentlich, wenn wir historische Informationen oder auch historische Methoden formalisieren? Wenn wir Quellen modellieren und damit schon von Beginn an nur mit einem spezifisch geformten Ausschnitt dessen, wer Informationen arbeiten, die tatsächlich, sagen, in der jeweilchen Quelle oder, sagen wir, in den jeweilchen Gegenstand enthalten ist. Weil wir wissen ja, dass Modelle immer selektive Abstraktionen mit einem bestimmten Zweck sind. Und was heißt das, wenn wir denn mit dieser Information auf Grundlage von Algorithmen in einer weitgehend transparenten und reproduzierbaren Art und Weise analysieren, was uns die Möglichkeit gibt, genau diese Analyse, dieses Vorgehen, unsere Methode immer wieder zu wiederholen, zu verfeinern, interaktiv anzupassen. Und wenn wir das Ganze aber bisher zumindest, siehe die ersten Worte, bisher zumindest auf einer subsymbolischen Ebene machen, also sagen, indem wir nach Zeichenkonstellationen, Zeichenketten und sowas suchen, aber noch nicht auf der Bedeutungsebene arbeiten. Und was heißt das auch, wenn wir auf diese Art und Weise dann die Anzahl der bearbeitbaren Quellen um ein Vielfaches erhöhen, hochskalieren können und uns damit auch von den Kanonen lösen können, die wir, sagen, gewohnt sind zu bearbeiten und hin zu Koopera kommen, die, sagen, flächendeckend das abdecken können, beispielsweise, was wir an Texten, was wir an Quellen zur Verfügung haben. Und was meint das wiederum, sagen, für unsere historische Erkenntnis und für den Weg, wie wir, sozusagen, Geschichtswissenschaften betreiben und auf welche neuen Perspektiven und Einsichten wir kommen können. Und spätestens auch, wenn wir unsere Ergebnisse dann in unterschiedlicher Form visualisieren, abfragbar machen und, sagen, dann wiederum auch einen Dialog, sagen, im iterativen Prozess mit der Maschine, mit den Ergebnissen finden, um, sagen, ein besseres Verständnis von dem zu bekommen, was wir dann eigentlich machen. Und das Ganze natürlich dann noch mit chronisch unsicheren, unvollständigen und tendenziösen historischen Daten, die dann auch nochmal besondere Herausforderungen an uns stellen. Es geht also darum, Grundlagen zu schaffen, um zu verstehen, wie digitale Methoden eigentlich funktionieren und wie wir diese dann in unseren historischen Arbeitsprozess einordnen können. Sind das adäquate Mittel der Heuristik? Welche neuen Fragestellungen kann ich stellen? Wie verändert sich, sagen wir, das Quellenkorpus oder die Grundlagen, mit denen ich arbeite? Und sind die digitalen Methoden nicht auch zum Teil selbst, sagen wir, ein wichtiger Teil des hermeneutischen Prozesses oder selbst ein hermeneutischer Prozess, gerade wenn wir an die Mixed Methods denken, wenn wir, sagen, zwischen Distant Viewing oder Distant Reading und Close Reading hin und her wechseln. Und womit sich dann auch in einer gewissen Weise die gefühlte Distanz zwischen analogen und digitalen Arbeiten oder analogen und digitalen Ansätzen dann auflöst. Und da stellt sich dann für uns die Frage, wo genau dann letztlich sich, sagen wir, die digitalen Methoden im klassischen historischen Erkenntnisprozess einordnen. Genau, das ist das Ziel, sagen wir, oder sagen wir, die Perspektive, die wir hoffentlich vielleicht, sagen wir, in den nächsten Tagen auf der Tagung umsetzen können oder zumindest, sagen wir, in unsere Diskussion einfließen lassen können, wenn es darum geht, wie wir überhaupt Dateninformationen oder Quellen erfassen und erschließen, wie wir diese Quellen kritisch einordnen können, beispielsweise im Hinblick auf Autoschaft oder auf ihre Inhalte, wie wir mit strukturierten Daten umgehen und diese auswerten, wie wir Daten von Citizen Science mit oder über Citizen Science Methoden mit erschlossene Daten einbinden können und welchen Zusammenhang es da zwischen Daten und Methoden gibt. Aber auch wenn wir uns die verschiedenen Verfahren des maschinellen Lernens, also ob symbolisch, subsymbolisch oder hybrid anschauen und schauen, sagen wir, wie die wiederum neue Perspektiven eröffnen oder auch Methoden der GIS. Und letztlich, auch nochmal tiefer gehend, wenn wir danach fragen, wie wir sagen, diese, das ist eine Tür, diese Ergebnisse dann auch sozusagen in unsere Arbeit und die Vermittlung einbinden können. Das ist das eine, mit der Tür rede ich gleich noch. Das ist das eine, sagen, was wir machen möchten. Aber daneben gibt es natürlich auch noch ein bisschen mehr. Es gibt heute Abend dann die Keynote-Lecture von Hendrik Lehmann vom Tagesspiegel Innovation Lab. Dazu sagen wir dann noch später, wenn es soweit ist, ein bisschen mehr. Es gibt morgen die Poster-Session am frühen Nachmittag, wo Sie einerseits sozusagen die Poster vom Peter-Haber-Preis anschauen können und diskutieren können. Und gleichzeitig gibt es auch noch einen kleinen Stand für neue Wege in die Erinnerungskultur, wo man auch sieht, dass hier von Berlin aus Babelsberg nicht so weit ist, unter anderem und Brandenburg sowieso. Und wir haben dann auch das Vernetzungsevent Workflows, wie wir das jetzt genannt haben, auf der Spree. Wo wir versuchen, einen Perspektivwechsel hinzustellen, bringen, sagen, von dem Blick auf die Spree, dann von der Spree und dann, sagen, Möglichkeit haben, eingeschlossen auf einem Boot, vielleicht auch sozusagen, das Gespräche, die wir ja sonst so nicht führen können, immer wegen der Pausen und der, sagen wir, schnellen Wechsel der Beiträge dann ein bisschen zu vertiefen. Damit wir tatsächlich auch sagen, möglichst viel von dem, was wir jetzt sagen, von den Möglichkeiten, die das analoge bietet, tatsächlich auch wieder nutzen können. Genau, dann bin ich jetzt schon so langsam beim Organisatorischen. Und da ist das Erste, was ich ankündigen muss, eine Programmänderung. Das gehört ja auch immer dazu. Fragen Sie sich jetzt, welche. Leider ist Michael Piotrowski erkrankt. Also Corona und Pandemie hat uns immer noch zum Teil im Griff. Und von daher kann er leider nicht kommen. Und vielleicht werden wir dann sozusagen stattdessen eine Abschlussdiskussion versuchen dann so hinzuzaubern, wo wir genau vielleicht nochmal auf die Fragen, die wir gerade gestellt haben oder die ich gerade gestellt habe und vorgesagen erläutert habe, ob wir den vielleicht nochmal sozusagen dann Revue passieren lassen und gucken, was wir sozusagen gemeinsam diskutiert haben in der Zeit. oder auch, wie gesagt, auf die neuen Technologien zu gucken, was eigentlich sozusagen aus der Perspektive der digitalen Methoden für uns sozusagen in nächster Zeit eigentlich ansteht als Herausforderung. Genau. Dann ganz endgültig Organisatorisches. Alle Fragen können Sie zum einen an unser Team stellen und oben haben wir auch sozusagen den Desk, den Welcome Desk sozusagen. Haben wir das so genannt? Ich glaube, ja. Na, wo man dann... Help Desk, genau. Dem Help Desk, wo Ihnen geholfen wird, wenn Sie Fragen haben. Sie können sich aber auch an Martin da hinten und an Melanie oder an mich wenden oder an unsere Hilfskräfte. Kaffee, Tee, Wasser, Obst und so weiter steht da hinten und auch melden, wenn irgendwie da was nicht stimmt. Genau. Und für die Medikaspausen haben Sie dann auch hier im Umfeld, das werden Sie schon gesehen haben, jede Menge Möglichkeiten. Da bin ich schon fast bei meinem letzten Punkt, das ist auch noch ein wichtiger, nämlich Danke sagen. Genau, aus einer Seite zu sagen, unserem Viertelern habe ich schon gedankt, also von Memory und der HU Berlin. Ich möchte aber auch unserem wissenschaftlichen Beirat schon mal danken, der uns sehr bei der Auswahl unterstützt hat, der Beiträge. Das sind Pim Hüinen, Mareike König, Annemieke Romain, Patrick Saale, Dominik Stutzmann, Joel Weiß, Jürg Wettlaufer, Traffi Witt, also wo Sie sehen, dass wir sagen, versucht da möglichst viele und breitfälschige Kompetenzen zusammenzuführen, um sozusagen uns bei dem Auswahlprozess zu begleiten. Und natürlich möchte ich zuallerletzt noch danken unserem wunderbaren Team, Melanie Alltage, Martin Tröge und Claudia Prinz. Ich weiß, wir sind gerade am Anfang, es kann doch alles schief gehen, aber schon, wir sind in einem Jahr dran und sagen, bisher war das so eine wunderbare Teamarbeit und so wunderbar bisher hat es geklappt, dass ich das einfach mal sagen wollte und mal Danke sagen wollte schon am Anfang. Vielen Dank. Vielen Dank.